Hallo und herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear, Teil 3, 20, 30, whatever, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir sind immer noch bei unserem Maler im vierten Kapitel und wir hatten in der letzten Folge schon so einen kleinen Vorgeschmack auf die Verfolgung hier. Und ich vermute und glaube, dass es jetzt weitergeht mit Verfolgung und diesmal nicht so ein Vorgeplänkel, vermute ich. Ich will nicht, ich will nicht, aber ich glaube, es wird passieren. Bitte, keine Verfolgung, bitte. Er speichert und Tür zu, sehr beruhigend. Hallo? Aha, es ist schön hier. Okay, da geht's runter. Achso. Zwischen den Büchern ist das ein dezenter Hinweis. Vielleicht. Vermutlich. Man weiß es nicht. Es geht nach oben, nach unten. Ich vermute, wir müssen nach unten. Also gehe ich mal nach oben. Ich hoffe, ich liege mit meiner Vermutung richtig. Ich hoffe. Mein Gott, da geht's aber richtig weit nach oben. Hallo? Okay. Hä? Hä? Jetzt sind wir... Lol. Okay. Und wenn wir jetzt eins nach oben gehen, dann kommen wir bestimmt zur Galerie, oder? Oder auch nicht. Wir rennen immer weiter nach oben und wir landen immer dort. Okay. Alles klar hin. Äh, 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 äh. Na gut. Dann ist das so. Da ist ein sehr auffälliges Buch. Okay, lass es es nicht. Okay, wir müssen die... Ja, alle verbrennen. Ich verstehe. Gadon. Kaputt. Okay. Da scheint es... Nee, das ist ein... Auf dem Bild. Und wir alle wissen, es wird mir 100 pro Einteil fehlen. Wie eh und je. Okay, bevor ich hier weiter verbrenne... Schau ich hier aber erstmal. Ja, das ist ein... Evita. Ihr müsst bedenken, ich, äh, mach den Ingame-Sound für euch immer schon nicer. Also bei mir ist es noch viel lauter. Pardon. Was haben wir hier? Das ist ein Schlüssel. Das muss es sein. Was ist das? Da ist... Nichts. Wo war es denn jetzt hier? Da. Ach. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich keinen Bock auf Verfolgung habe. Ich finde, das Spiel braucht einfach keine Verfolgung. Wirklich. Wirklich nicht. Brauch es nicht. So unnötig. Nur Stress. Oh, was? Ist es zu spät, um umzukehren? Ich vermute ja. Oh. Telefon. Telefon. Okay, da brauchen wir noch einen Schlüssel. Hallo. Hallo? Nee. Es schwebt da einfach. Ich will keine Verfolgung. Bitte nicht. Da hinkt noch ein Telefon. Da hinkt noch ein Telefon. Okay. Okay, ist immer noch zu. Wo ist mein Telefon? Da unten. Was ist die Truhe? Nee. Bitte keine Verfolgung. Hallo. Komm her. Was ist denn da? Flüssig. Bitte. Talk to me. Why won't you talk to me? You promise. You deserve this. All of it. All of it. This solves nothing. It never has. It never will. Bitte tu mir nicht weh. Bitte nicht. Wir können über alles reden. Ich hab's eingesehen. Ich hab Scheiße gebaut. Kannst du uns noch eine Chance geben? Bitte. Bitte verfolg mich nicht. Über ein Rattenbild. Silente Flöterer. Sie klacken die Tränen. Ah, Fuh in der Wasser. Keine Waffe von mir. Okay. Ähm. Hallo. Ich bin nicht wie sie. Ich lasse nicht. Ich lasse nicht, dass meine Passion nicht wegfallen. Ich kann es nicht. Ich würde nie. Ich werde es nicht. Okay. Können wir das auch ohne weitere Verfolgung beenden? Bitte. Hallo. Uff. Darf ich mich hier noch rumschauen? Bitte. Warum fallen immer die Bilder von der Wand? Das ist ja nicht in Ordnung. Das ist ja nicht in Ordnung. Ich kann nicht sagen, dass deine Angelegenheit nicht erwähnt. Numerous Kollegen haben mich informiert, dass du vorhin schon ihre Angelegenheit hast in diesem Fall. Und während es perfekt unverstanden ist, dass ein Patient eine zweite Opinion zu demanden, ich würde sagen, 16 konkurrenzene Opinions wären genug. Still, aus dem Respekt für dich und deine Frau, ich habe den Fall überprüft, und ich muss mit meinen Kollegen zu antworten. Involuntary Muscle Spasms sind nicht unkommend mit Patienten, die so schwer wie deine Frau hat. Was du an, wie ein Freakisch Grimm oder ein Unnerving Yell, nobody würde find such expressions hurtful, könnten, insofern, werden die Angelegenheiten von Nerve Damage. Die anderen Symptoms du hast, nicht physikalisch, sondern eher psychisch. Traumatische Events können zu schweren Stress, und das ist nichts, was zu schuldig sein wird. As to your demand, dass wir deine Frau fixieren, you have to understand, that what she went through cannot be undone simple procedure. It is a long, arduous process, that will require all your strength and support. Please feel free to contact me or my colleagues, should you wish to discuss a long-term rehabilitation program. Noch so ein verdammter Kranksalber. Okay, das klingt, äh, fantastisch. Gerade so, äh, äh, was sie als verrücktes Grinsen oder ein nervendes Jaulen bezeichnen. Klingt gesund. Darauf trinke ich einen Schluck heißen Kaffee, untermalt von Donnergeräuschen. Herrlich. Äh. Ich will keine Verfolgung. Bitte. Bin ich. Hallo? Was, Creators Block? Eine Blockade. Hallo? Mach zu. Ich will keine Verfolgung. Aber es wird kommen. Ich höre sie doch schon. Da liegt die Geige. Sei nicht traurig. Zusammen können wir das lösen. Nein, noch nicht. Füpp ihn dort da. Was haben sie denn gemacht? Oh, oh. Oh, oh. Wofür ist denn der Schlüssel? Habe ich was übersehen? Oder kommt das? Was ist denn? So. Wollen wir mal drauf schauen? Ja, wofür ist der Schlüssel? Hä? Ich bin verwirrt. Irgendwo eine Tür? Ich sehe keine Tür. Oder soll ich hier 20,000 Jahre hin? Nisch. Oh, ein Fenster. Ich kann da reinschauen. Ich hätte einfach nur richtig rangehen müssen. Da steht... Ich gucke da gleich rein. Da steht was. Restless memories. Ruhelose Erinnerungen. Da haben wir hier für ein Rettchen. Ein Papier. Da stimmt schon. Aber mancher Einer... Finde keinen anderen Ausweg. Vielleicht hätten sie sich einfach... ...mitte jeweils Hilfe suchen sollen. Meiner? Warum denn? Falsch getan. Warum? Ich glaube, wir sind beide nicht so unschuldig. Habe ich schon mal erwähnt heute, dass ich... ...überhaupt keine Lust auf Verfolgung habe. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich sage es lieber nochmal. Ich habe keinen Bock. Da wäre... Aber... Ich will nicht. Ich will nicht. Bitte nicht. Lass mich doch hier einfach durch. Ich glaube, ihr sollt beinahe nicht unbedingt besser. Okay, das war das zu. Klick. Okay, er bricht die Tür auf und macht's den Anschein. Okay, das war das zu. Okay. In den rechten Händen ist es das stärkste Instrument. Es kann die Hand brechen. Du jahres. Ah so. Wo war jetzt? Ein 5? Ne, da sieht es nicht so sch- Ah, sieht überall scheiße aus. Ich glaub hier geht es nicht weiter, oder? Die Klingel, dass sie etwas braucht wahrscheinlich. Drei. Oh cool, oder? Ach hier, das ist jetzt von der anderen Seite. Hier. Da kann man was aufmachen. Schätze? Keine Schätze. Schade. Den kann man diesmal nicht reden. Eine Sauerei. Bitte keine Verfolgung. Bitte nicht. Ich will es nicht. Ah, warte doch mal hier. Ich will mal auf hier. Was? Drei, acht, fünf. Okay. Drei, acht, fünf. Mein Gott, hier passiert. Ich guck doch hier nur. Junge. Ich will doch hier mal in Ruhe gucken. Immerall kracht da irgendwas zusammen. Hallo. Na das kennen wir doch schon. Na das ist sein Schloss. Was? So, die drei, die acht und die fünf. Grüße. Grüße. Grüße gehen raus. An meine kleine Mickey Maus. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Irgendwie verpasse ich immer die ganzen Geschichten hier. Tja, so macht es den Eindruck. Gibt es hier mal was? Ich dachte ich habe sie alle verbraten. Aber das kalt, schmerzliche Licht ist immer noch Licht. Ja, das stimmt schon. Okay, er scheint ja echt ein Problem damit gehabt zu haben, ne? Dass er kein offenes Feuer mehr hat. Ich finde es sehr wunderschön. Hilfe? Es hat geruckelt. Es heißt der Lede und was. Nicht gut. Hallo? Gibt es hier Schätze? Okay, die Zeichnung ist ja cool, ne? Die Fledermausratte. Ah, das ist nichts. Okay. Ich habe keine Angst. Null. Ich habe nur keinen Bock auf das Feuer. Wahnsinnig. Gott, pray to the Lord. Okay. Hä? Oh no. Stop! Brenn doch! Deine Lampe ist gleich alle. Okay, ich muss aber schwimmen lang. Ah ja. Äh. Oh digi. Brenn! No! No! Das meine ich, Alter. Das dauert so lange, bis sie stirbt. Danke. Nee, nichts. Jaja, ich gehe ja raus. Aber... Ach. Wo muss ich denn hin? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Die wird uns gleich einholen. Die kommt uns gleich von vorne entgegen. Die kommt uns gleich von vorne entgegen. Lass dir wie es ist. Äh. Aber wir müssen hier irgendwelche Zahlen finden, aber ich weiß überhaupt nicht wo. Oh. Oh, Mutti! Hier ist doch nichts. Wo muss ich denn hin? Ich komm gleich wieder von vorne. Ich renne hier gleich in die Arme, Junge. Hier da um. Oder? Nee. Hallo? Hier, wo die. Wo die? Ich bin wirklich um die Ecke. Ey, ich dreh mich hier nur im Kreis, ne? Kann ich hier auch nach rechts? Ja, das geht's auch noch. Achso. Ich hab die Zahlen nicht, ne? Ja, stimmt, um Halt! Ja. Hält dich deiner Angst. Sieh deinen Feind und versage. Okay, hier scheinen wir immer zu landen, wenn wir versagen. Das hatte ich schon in der Demo. Oh, aber ich hab nirgendwo irgendwas gesehen, ne? Hier finden wir hier noch irgendwas. Ich hab mich hier noch nie umgesehen. In dieser Sicherheitszone. Das hier schätze vielleicht. Nö! Gibt mir sowas. Scheiße. Aber wo waren denn da bitte die Zahlen? Ich hab nirgendwo was gesehen. Es wird ja immer, wenn du in die Nähe kommst, so ein kleiner Kreis. Das war jetzt okay. Hey, da ist was. Aber da war nichts. Nada. Nienta. Oder bin ich so blind? Mal aussehen. Oh, nee. Hier gibt's nichts. Doch, hier ist was. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Landschaften, Wald, Felder und Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist. Hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabberte er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Die Wendung ist ein wenig knifflig, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich entwerfen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von... Nun, du weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Alles klar, Thomas? Scheiße, aber jetzt müssen wir noch die anderen Kackzahlen finden, ne? Aber da war doch nichts. Jetzt kommen wir hier gleich wieder zur olden Isha. Die haben wir wieder... Scheiße hier. Nicht wahnsinnig. Okay, eins. Wir können ja... Wir können ja eigentlich raten. Ist es nicht möglich, einfach zu raten? Warte mal. Machen wir hier zwei. Okay. Also eine Zahl bräuchten wir schon noch. Ansonsten wird es, glaube ich, schwierig. Würde ewig dauern. Rätselraten. So, wo erscheinen sie jetzt hier? Und wo kommt sie denn? Oh, ich hänge! Oh, ich hänge! Ach, Blopp. Okay, wenn wir wenigstens eine Zahl... Okay, wir haben... Eine Zahl haben wir ja, ne? Die andere könnten wir dann erraten, denke ich. Nee, hier ist nichts. Pass mich durch. Ich muss mal hier durch. Nee. Okay, vermutlich da hinten, ne? Okay. Okay. Ich frage mich, ob sie uns auch erwischt, wenn wir jetzt an der Tür sind und den Zahlencode machen wollen. Wo waren wir denn? Der war doch hier irgendwo. Oder wir lassen uns jetzt hier einfach erwischen. Komm, wir lassen uns jetzt hier einfach erwischen. So, der speichert sich ja die Zahlen. So, 6, 1, was? 2? Ich glaube. So, das ist das Einfachste. Dann müssen wir jetzt hier nicht ewig noch suchen. Hilfe. So. Da wären wir wieder. Welche haben wir denn jetzt hier? Wir haben einmal die 6, die 1 und die 4. Dankeschön. Tschüss. Ja, ja. Danke. Oh, ey, Digga, erschreckt mich nicht so. Da wollte sie uns nochmal ordentlich erschrecken. Weck mit der ohne Nehmaschine. Auch kein Mensch. Ich habe mich nicht so, wenn ich ein bisschen spielen kann. Ich will nicht, es macht mich nicht so, dass ich mich nicht so, dass ich mich nicht so. In any case, ich war prompte beraten bei meinem Freund, der sagte ich sollte, dass ich zu resten soll. Ich weiß, wie ich es gut bin. Aber wie werde ich immer besser, wenn ich nicht so, dass ich es nicht so, Ja, das ist so die Sache, ne? Einerseits soll sie dich ausruhen, aber gerade nach so einem Erlebnis, da fällt dir die Decke derart auf den Kopf. Irgendwas muss sie ja machen. Irgendwie muss sie sich ja beschäftigen. Schwierig. Okay, da ist das Piano. Kommen wir da irgendwo hin? Sieht erstmal so aus. Hier sieht es erstmal alles dicht aus. Okay, da kommen wir nirgendwo hin. Ähm, bin ich irgendwo lang? Komm hier mal nicht lang. Komm hier nun zu durch. Ich bin zu dick. Oder muss ich die tanzenden Möbel hier noch gut achten? Scheinbar. Ich hoffe, das hat sie jetzt nicht sauber gemacht. Das ist alles. Ich brauchte eine Jara und eine Plastik-Tübe. Ich siphoned Gas bevor ich wusste, wie es war. Ich habe die Tübe in eine Väne und schraubt auf ihn, bis die Blut in die Möbel war. Dann habe ich die Tübe in die Jara und es einfach kam. Äh, Entfängerfehler? Nächstes Mal weißt du es besser? Guck mal, diesmal fehlen uns sogar zwei Teile, ne? Ich glaube, wir nähern uns hier schon dem Ende. Wir lassen uns davon nicht weiter beunruhigen, dass die Lampen hier mal ausfallen. Ist ja nicht so untypisch bei Gewitter. So, ich glaube, wir sind wieder zurück, ne? Wir können ja noch mal scheuen. Ähm. Wir können ja noch mal ins Schlafzimmer gehen. Da hatten wir ja letztes Mal auch noch was. Ja, okay, das kennen wir schon. Oder? Achso. Das kennen wir auch schon. Okay. Also, die Gegenstände platzieren sich hier so ein Stück weit, ne? Macht's den Anschein. So, okay, komm, wir gehen mal noch mal. Oh. Ist jetzt verschlossen. Da geht's gar nicht mehr rein. Das Licht ist hier jetzt auch ein bisschen anders. Mal gleich wieder zurückgehen. Geste. Da ist ja... Da ist die Sättigung viel höher, ne? Okay. Und das? Okay, also es verändert sich auch so ein bisschen im Haus was, ne? Guck mal, hier ist die Violine, der Ring. Der Stift. Mal hier noch irgendwas. Ist ja auch irgendwas eingelagert. Hier ist der Telefonhörer, aber der war ja schon vorher da. Ne, hier scheinbar... Lass mal nicht die Pistole. Ne. Können wir mal ins Kinderzimmer nochmal schäumen? Da noch irgendwas ist. Oh, okay. Nooo. Okay, scheint hier immer so eine Mini-Event zu geben, ne? Och, alles gut, Püppi. Ach, hier ist so eine Schade. Ach, ich geb mir eine Mühle. War hier noch was drin? Alles gut, Püppi. Ach, so eine Schade. Und am Tisch habe ich eine gesehen. Ich will heute mit Mama spielen. Ne, da ist man unten unter dem Tisch. Ist gut, Püppi. Wo ist sie? Ja, wo ist sie? Tja. Oh. Alles nicht schön, ne? Aber es gibt keine Belohnung oder irgendwas, ne? Nichts, was man irgendwie einsammeln könnte. Okay. Oh. Ach, nee. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Wenn noch ein Kind dazwischen ist. Nicht so leicht. Okay. Irgendwas im Badezimmer. Das läuft hier immer noch über. Das kennen wir schon. Und hier war ja auch nichts. Okay. Na gut. Denn vollenden wir unser Werk. Wie sieht's hier aus? Es füllt sich langsam. Was haben wir da? Das ist Buch. Haarbürste. Oh, haben wir was nicht gefunden? Scheiße. Das er hat nicht. Obst, aber der Suff ist da. Okay. Na gut, wir machen... Oh, da ist was. Nur der Stuhl. Mein Herz, kannst du mich hören? Aber zweifeln. Dann fügen wir mal das nächste Teil ein, oder? Okay. Das kommt jetzt unerwartet. Okay. Der Blick auf die Uhr sagt mir... war ich überzogen schon wieder. Ich würde sagen, das genügt für heute. Das war jetzt wirklich überraschend. Ich dachte, es geht jetzt die ganze Zeit so weiter. oder beim Maler, bis wir da alles durch haben. Aber jetzt sind wir jetzt mal wieder zurück bei der Schriftstellerin im Leuchtturm. Aber ich würde sagen, da schauen wir morgen, wie es da weitergeht. Ich danke dir auf jeden Fall, wenn du es bis hierhin geschaut hast. Und hoffe, dass du dann auch morgen wieder mit dabei bist. Aber bis dahin. Haut rein. Amen. Untertitelung. BR 2018